Ich zeige dir heute meine Box, die ich für die Prämienreise 2023 in Norwegen bekommen habe. Und die Box zeige ich dir gleich hier mal von oben. Da kannst du sie sehen. Und ich blende mich mal ein. So habe ich ein Foto gemacht. Das heißt, mein Sohn hat ein Foto gemacht, wo ich die Box halte. Weil die ist so groß, die passt gar nicht ganz auf das Bild hier drauf. Und ich gucke mal, wenn ich sie jetzt öffne, dass du hoffentlich was sehen kannst. Und am Ende dieses Videos zeige ich dir auch die Karte, die ich für meinen Mann zum Geburtstag gemacht habe mit einem neuen Designpapier. Und ich habe schon mal angefangen, ein Erinnerung- und Mehralbum zu erstellen. Dazu kann ich dir auch ein bisschen zeigen. Also als erstes gucke ich mal, dass ich die Box öffnen kann. Ich habe im letzten Geschäftsjahr die Prämienreise für Norwegen erarbeitet. Das sind dieses Jahr, glaube ich, also im letzten Geschäftsjahr weltweit so circa 340 Kollegen gewesen. Also verdammt wenig. Wir sind, ich glaube, so circa gut 50.000 Kollegen und Kolleginnen weltweit. Und ja, in zwei Wochen geht es auch schon los. Und da wir die Geschenke nicht mehr abends aufs Zimmer gebracht bekommen können, weil ich glaube, der Zimmer-Steward nur noch morgens kommt und nicht mehr abends, haben wir eine Box von UPS geschickt bekommen. Und meine ist vor ein paar Tagen hier angekommen. Und ja, ich freue mich. Und ich gucke mal, ob du hier sowas sehen kannst. Ups, machen wir weiter. Also, ich versuche mal so zu zeigen von innen. Das ist so ein bisschen das Designmotiv. Und dann zeige ich mal so, ist hier was drin. Und mal gucken, ich hoffe, du kannst es jetzt sehen. Das hier ist ein Nudelholz. Da, ich ziehe das mal hier so ein bisschen ab, kann man Keksteig mit ausrollen. Jedenfalls ist das die Idee. Wie gut man den dann wieder rauskriegt, weiß ich noch nicht. Aber mal schauen. Es ist auf jeden Fall eine sehr nette Deko. Das ist ein Nudelholz. Dann hatten wir da drin vier Kofferanhänger. Ich habe jetzt nur noch einen, weil mit dem zweiten habe ich schon was gemacht. Das zeige ich dir gleich. Und ich nehme dieses Jahr nicht meinen Mann, sondern meine liebe Freundin Petra mit. Und die hat auch schon ihre beiden Kofferanhänger bekommen. Also, ein Kofferanhänger. Könnte man hinten alles draufschreiben. Aber den werde ich nicht an meinen Koffer machen, sondern das ist ein Erinnerungsstück. Dann haben wir hier zwei Paar warme Socken drin. Weil es geht ja nach Norwegen. Und ja, die habe ich hier noch eingepackt. Und dann habe ich hier einmal meinen Pullover. Und hier habe ich meinen Button. Kann ich mal so hochhalten. Ich hoffe, das kann man so ganz gut sehen. Weil ich sehe nämlich gar nichts mehr durch den Riesenkarton. Und ich nehme den Karton auch mal zur Seite, damit ich wieder was sehen kann. Also, hier ist der Pullover. Und nochmal mit Kontrolle. Das hier ist der Pin für meine erreichte Reise. Und der Norweger Pullover ist 100% reine Schafswolle. Und ist von der Firma Norländer. Also eine Markenfirma. Und wie ich damit aussehe, habe ich vorher ein Foto gemacht. Kann ich dir nachher auch nochmal zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal wieder auf mich zurück wechsle, dann kann ich es dir hier einblenden. Dann siehst du mich mit diesem Pullover. Er ist sehr, sehr schön warm. Also, er hat sehr lange Arme. Ich blende ihn nochmal ein. Weil du siehst das vielleicht. Ich habe die Arme beide umgekrempelt. Weil sonst gehe mir der, glaube ich, so über den Arm drüber. Aber er ist warm und umkrempeln kann er. Also, das ist mein Pullover. In der Box drin war auch noch ein Geschenk für meinen Gast dabei. Nämlich eine so schiefergraue Regenjacke. Die habe ich Petra schon mitgegeben. Die freut sich schon. Und die hat, wie gesagt, auch die Kofferanhänger bekommen. Und in der Karte... Ah, ich gehe mal wieder auf meine Hände, damit du es sehen kannst. Also, hier sind die Kofferanhänger. Und ich habe, wie gesagt, schon mit einem Album angefangen. Ich versuche mal, dass ich hier alles auf meinem Tisch zur Seite kriege. Die lauten Socken. Diese Karte war auch drin. Also, die kann ich noch rausnehmen. Die habe ich noch nicht festgeklebt. Schön gebastelt. Da ist der neue Prägefolder, der zu dieser Rustikal-Serie dazu gehört. In blauen Tönen. Und das ist Blutorange. Und da ist ein netter Gratulationstext. Weil, wie gesagt, wir sind sehr, sehr, sehr wenige, die diese Reise erreichen. Und da basteln sie für uns per Hand so schöne Karten. Und ich habe mir, ich raschle nochmal, dieses Stempel-Set hier gekauft. Das ist neu im Katalog. Weil ich finde, es passt so toll zu einer Reise. Da ist auch das Reisenentdecken erleben drin. Und hier schiebe ich mir dann meine Karte rein. Ich muss mal gucken. Ich habe gedacht, ich mache hier vielleicht so eine Tasche, wo ich die reinstecken kann. Und dann blätter ich mal um. Wir haben neue Stanzformen, so Basic-Formen. Und da habe ich diese genommen und den Stempel. Die Welt wartet auf dich schon mal vorbereitet. Und hier habe ich den einen Koffer-Anhänger schon mal festgeklebt. Also kannst du hier so sehen. Das ist der dicke Anhänger. Macht sich, finde ich, gut. Das ist Blau-Blehre und Blutorange. Und dann habe ich mir ein neues Designpapier geschnappt, beziehungsweise mehrere. Und hier kann ich dann, wenn ich wiedergekommen bin mit Petra von der Reise, auch noch Fotos reinkleben und noch ein bisschen was schreiben. Wahrscheinlich mehr am Computer als per Hand. Das ist auch eine der neuen Basic-Formen. Designpapier sieht eben von zwei Seiten gut aus. Da hat man dann verschiedene Möglichkeiten. Und so habe ich mir innerhalb von, ich weiß gar nicht, zehn Minuten oder so, es ging echt schnell, schon mal ein bisschen was vorgearbeitet. Das ist dieses neue, nee, es ist, ich glaube, übernommen. Und ich weiß gar nicht, ob es eine neue Nummer hat, aber unser Erinnerungen-Mehr-Album. Und ich habe jetzt hier zweimal die Hüllen reingepackt. Und die kann man so ein bisschen sortieren. Und da habe ich hier auch schon mal einmal eine der neuen Stanzformen ausgestanzt. Da kann ich mich dann austoben. Also hier ist noch gar nicht so viel drin. Aber ein bisschen habe ich schon vorbereitet, weil ich das sehr schön finde, wenn ich dann Fotos habe. Und wir haben im Schiff gebucht, dass es Fotos vom Fotografen gibt. Und wir haben ja Handys dabei und wir sind ja zu zweit. Also ich denke schon, dass wir viele Fotos zusammenkriegen werden von der Reise. Ich war noch nie in Norwegen. Ich war vor fünf Jahren mit Stampin' Up zusammen in Alaska auf einer Kreuzfahrt. Und vor vier Jahren war ich mit meinem Mann zusammen auf einer Kreuzfahrt von Stampin' Up, griechische Inseln von Rom ausgehend. Und ja, jetzt ist es wieder eine Kreuzfahrt geworden. Und in Alaska war es tatsächlich wiedererwartend warm. Das werden wir in Norwegen wohl nicht haben, sondern da wird es tatsächlich, vermute ich, kalt werden. Und dann, hier siehst du nochmal, nehme ich meinen Pullover mit. Und da er Schuhwolle ist, ist er ein bisschen kratzig. Aber ich kann dann so lange Oberteile da drunter ziehen und noch mehrere Schichten. Und ich hoffe, dann bin ich schön gemütlich warm angezogen. Und ja, falls es dich interessiert, was ich auf der Reise so erlebe, ob ich darüber dann auch nochmal ein Video machen soll, wo ich vielleicht auch mein Album hier schon dann gefüllte habe, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar. Und ich habe noch was für dich. Ich habe doch, glaube ich, angekündigt, dass ich noch die Geburtstagskarte meines Mannes zeige. Der ist nämlich heute 60 geworden. Und da habe ich diese Karte, ich halte jetzt hier hin und du siehst gar nichts, weil hier, da habe ich diese Karte gebastelt. Also Designpapier, den Fisch habe ich ausgeschnitten, die 60 habe ich ausgestanzt, das Happy Birthday drauf. Die hat er heute von mir bekommen, weil mein Mann liebt es zu angeln. Also der findet Angeln als sein schönstes Hobby, so wie meins basteln ist. Und deswegen habe ich ihm eine Angelkarte gebastelt. Und dann habe ich das immer wieder, und dann habe ich mir eine PodcastsЕνT. Und dann habe ich das alle ausgestanzt. Und ich bin mir einfach hier, Vielen Dank.